Hey hey, anders als bisher angekündigt, fahr ich jetzt nicht direkt nach Sydney, sondern ich bleib noch ein, zwei Tage hier. Wir gehen jetzt noch woanders hin und gehen eine Runde hiken und dahin nehm ich euch natürlich auch wieder mit. Bis zum nächsten Mal. So, wir sind jetzt hier in den Alpen. So, what's the area called? It's called Smoko. You know what Smoko means in Australian? No. It means, it means morning tea break. Oh, that's cool. You want out for Smoko? Cool, isn't it? Exactly. It's not necessarily in the morning, it's just whenever you want to break or Smoko. So, wir sind jetzt da wo wir hochlaufen. Geht jetzt ein ganz schönes Stückchen bergaufherz. Got it. Yeah! Wir haben gerade von einem Einheimischen erfahren, dass oben auf der Spätstunde auch Schnee liegt. Wir sind jetzt bald an der Hütte. Da gibt's dann Mittagessen, wir haben erst 11 Uhr jetzt. Mittagssonne, da kommt immer mehr raus und raus wird immer heißer. Das ist jetzt 1500 Höhenmeter höher als da wo wir gestartet haben, wenn wir auf der Hütte sind. Ich hatte nicht gedacht, dass ich sowas mache. Ich habe hier gedacht, ich schwöre an Stränden und hier ließe mein Leben, so genieße ich mein Leben. Mindestens genauso. Es ist einfach nur awesome. Allein der Blick, den du hier hast. Wir laufen seit ungefähr drei Stunden nur durch verbrannte Bäume. Wir haben alle vor fünf Jahren hier gebrannt. Die Baumgrenze ist auch nicht mehr weit. Wir haben gerade Mittagspause gemacht auf der Hütte. Ich hatte auch ein kleines Mittagsschläfchen, über irgendwie eine Stunde oder sowas. Jetzt sind wir hier auf Tour und laufen zum höchsten Punkt. Das ist eine unglaublich geile Aussicht, die man hier hat. Jetzt in die Richtung, in die andere Richtung, mal ein paar geiler. Ja und jetzt laufen wir hoch zum höchsten Punkt dieser Gipfelkette. Das ist irgendwie der zweitgrößte Berg Australiens oder sowas in jedem Fall. A. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind jetzt dringend in der Hütte und haben ein bisschen was gegessen. Jetzt sind wir gerade damit fertig und ich gehe jetzt dann schlafen, weil ich bin müde. Ich bin ein bisschen spät und ähm, 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 I'm a little bit afraid here. Maybe he's killing me tonight, but I don't see so. Ich kann auch auf Deutsch reden, dann versteht er uns nicht. Ich würde sagen, haut rein. Adieu. Ciao. 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 Ciao.